Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play, Need for Speed, Most Wanted, zum neunten Part. Tja, diesmal habe ich mir jetzt hier eine Chevrolet Convette, oder wie man, ja, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber ich habe mir auf jeden Fall dieses Auto hier ausgesucht, und es hat auch einen ganz netten Sound, finde ich. Und ja, dann fahren wir jetzt mal mit dem Auto mal rein, Schutzkontrollen. Eigentlich sind es ja immer dieselben Rennen, nur man fährt halt eben, dasselbe Rennen, nur mit einem anderen Auto. Aber ich denke, das ist ja schon lange aufgefallen. Ich denke, das ist ja schon lange, aber ich denke, das ist ja schon lange, ich denke, dasselbe Rennen ist. Wir müssen noch mal einen Neustart machen. Ich bin aus der Kur geflogen. Oder sagen wir mal so, ich habe die Straßenverschee, so könnte man es eigentlich besser sagen. So. Jetzt kommt alles ein bisschen wieder versteckt. ... Und jetzt kommt alles ein bisschen weiter auf. Und dann kommt alles ein bisschen weiterunter. Was ist das? Oh, ich glaube, ich bin der erste. Yes! Perfekt! Und wir haben wieder die Tor halten. Zum Glück. Und da brauchst du aber auch gute Reifen um zu bremsen. Gute Reifen und gute Bremsen. Okay, wir fahren jetzt direkt das nächste. Change to Action. Boah. Keiner Wäscher. Keiner Wäscher. Keiner Wäscher. Also manchmal fühle ich mich hier verarscht. Das ist ein halbes Ziel zu sehen. Dann drehst du dann und danach gehst du schon beim Andochen wieder Richtung. Und dann gehst du ins Punkt. Das ist ein halbes Ziel. Wir werden mich nur in die Einbahnstraße. Soll das. Ah, der Sound wird sich richtig krass machen. Im Moment nicht. Ja, wir werden uns bei den Einbahnstraße dauern. Soll das nicht. Soll das. Soll das ein? Soll das. Soll das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das können wir jetzt aber werden Ah, das ist es. Die Vorwärtskinder werden nicht so gut sein. Aber ist alles gut. Ja, anziehen. So, ohne Worte. 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 Ich bin verloren, eine Passage weg! Over! Passt auf die Hälfte auf, ich will, dass ihr alle rager kannst! Keine Zuordnung! Verstanden! Habe wieder Wegkontakt zum Verletzigen Seelen! Alle Einheiten, verbricht einer nach links aus! Zentrale ohne Verstärkung, verteilt die Sichtbarkeit! Alle Einheiten, die Sichtbarkeit unterliegen für euch! Vorrat ich den Kerl, aber warum unterstützt noch die Hälfte an? Zentrale 1044 hält an, nach rennen geht weiter! 1044, Vorarmung zur Schriftung 1 Zentrale 1044 hält an, nach rennen geht weiter! Zentrale 1044 hält an, die Lman perchert, die Schriftung der Mischung des Barsch. Zentrale 1044, nach rennen! Zentrale 1044 hält an, nach rennen. Zentrale 110 war. Zentrale 1044, vor jaren 5 Zentrale 1044, nach rennen zu kommen! Oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Das ist mehr als schlecht. Verstattung auf Code 2, Hilfe für Leitungen für Insektoren, over. Einheiten melden, Sektor Nord 10 ist negativ. Zentrale müssen den Terimeter zusammenziehen und eine Sektor... Alle Einheiten, 500 Code 3, Hilfe für Leitungen unterbrochen. Normalerweise fortsetzen, over. Neues Most Wanted-Ren verfügbar. Was haben wir denn jetzt? Oh, der Part ist ja schon zu Ende. Okay, dann würde ich sagen... Wir machen jetzt mal einen Cut. Und danach geht's wieder weiter. Nur ich hoffe, dass wir dann endlich mal wieder gewinnen. Also macht's gut, Freunde. Tschüssi!